Gefährliches, unbekanntes Nordkorea. Ich freue mich jetzt, Herrn Rüdiger Frank im Studio begrüßen zu dürfen. Wer, wenn nicht er, ist der Nordkorea-Experte in Österreich? Schönen Abend, Herr Frank. Schön, dass Sie gekommen sind. Was bezweckt das Regime mit diesem Langstreckentest? Was läuft da hinter den Kulissen ab? Wie müssen wir uns das vorstellen? Ich denke, der Hauptzweck der ganzen Aktion ist sicherlich innenpolitisch. Sie wissen, dass Nordkorea erst seit knapp einem Jahr einen neuen Führer hat. Er muss zeigen, dass er in der Lage ist, Erfolge vorzubringen. Das ist ihm jetzt auch großartig gelungen. Und die außenpolitischen Folgen sind, glaube ich, eher ein Nebenschauplatz. Wir bekommen immer wieder Berichte, müssen damit rechnen, dass Nordkorea unter Umständen an der Atombombe bastelt. Nun sind diese Raketen, wir haben es gesehen, in der Lage, weit zu schießen, können unter Umständen sogar amerikanischen Boden erreichen. Wie sehr müssen wir uns denn darauf einstellen, dass Nordkorea bald eine gefährliche Atommacht ist? Man kann davon ausgehen, dass das im Prinzip mit dem heutigen Tage schon passiert ist. Man hat lange gesagt, sie mögen vielleicht Atomwaffen haben. Es fehlt ihnen aber die Möglichkeit, sie irgendwo außerhalb des Territoriums zu bringen. Nachdem es ihnen heute gelungen ist, eine Rakete, eine dreistufige bis ins Weltall zu schießen, haben sie zumindest theoretisch auch die Möglichkeit, etwa die Westküste der Vereinigten Staaten zu erreichen. Die Reaktionen heute auf den Raketentest, die internationalen, waren interessant. Im Prinzip natürlich Verurteilung durch die Bank, mit Ausnahme China, das heute, was normalerweise ein treuer Verbündeter ist von Nordkorea, um nicht zu sagen der einzige, was heute sich leicht kritisch geäußert hat. Was ist da dahinter? China sitzt sicher zwischen den Stühlen. Auf der einen Seite können sie Nordkorea nicht komplett verurteilen, weil eben da tatsächlich diese Nähe vorhanden ist. China gilt als Schutzmacht Nordkoreas und China hat auch andere Länder, die sich auf China als Schutzmacht verlassen. Man muss da also in gewissem Sinne auch zeigen, dass man bereit ist, für seinen Schützling einzustehen. Aber natürlich darf man auch nicht vergessen, dass das Atomwaffenprogramm, das Raketenprogramm und die Kombination daraus ja nicht nur gegen die USA oder gegen Japan gerichtet sein könnte, sondern es sorgt auch dafür, dass Nordkorea einen gewissen Abstand von seinem sehr engen verbündeten China hat. Insbesondere die wirtschaftliche Abhängigkeit ist enorm groß. Es gefällt den Nordkoreanern gar nicht. Und indem sie jetzt über dieses Abschreckungspotenzial verfügen, haben sie auch ein gewisses Maß an Eigenständigkeit gegenüber dem großen verbündeten China zurückgewonnen. Sie haben ja heute im Vorgespräch erzählt, dass Sie gerade erst in diesem Jahr zweimal in Nordkorea waren. Einmal im Frühjahr und einmal jetzt, vor kurzem eigentlich erst. Und Sie haben ja erzählt, dass Sie das sehr unterschiedlich erlebt haben. Können Sie das ein bisschen schildern, wie das dort zugeht? Ja, es war ganz interessant. Ich war im April das erste Mal in diesem Jahr in Nordkorea, just zu dem Zeitpunkt, als der erste Raketentest schiefgegangen ist. Und man hat gesehen, die Menschen wussten noch nicht so genau, was unter der neuen Führung zu erwarten ist. Es war eine gewisse gespannte Unsicherheit da. Ja, man wusste nicht so richtig, was wird in der Zukunft. Im September, nur wenige Monate später, ein völliger Gegensatz. Die Zahl der Verkaufsstände hatte sich verfünffacht gefühlt. Und insbesondere auch die Stimmung der Menschen, sowohl derer, mit denen man gesprochen hatte, als auch die man gesehen hat. Körpersprache war ganz anders. Man hat eine gewisse Zuversicht gespürt, eine gewisse Erwartungshaltung, eine Aufbruchsstimmung. Und ich glaube, auch da hat Kim Jong-un heute mit dem erfolgreichen Raketenstart sehr stark gepunktet. Er hat Erwartungen tatsächlich erfüllt. Und er hat gezeigt, er ist in der Lage, moderne Technologien auch umzusetzen. Und vielleicht traut man ihm jetzt auch noch mehr zu als Modernisierer. Und er hat auch den Rücken frei. Entnehme ich dann richtig Ihren Worten, dass Kim Jong-un im Prinzip auf einem ganz kleinen Reformchenkurs ist? Das ist schwer zu sagen. Das wissen wir erst dann, wenn wirklich echte Maßnahmen verabschiedet sind, die auch entsprechend staatlich bestätigt werden. Aber zumindest die Voraussetzungen dafür, dass er Reformen beginnt, die sind da. Und auch die Notwendigkeit, Reformen zu veranlassen, ist eigentlich auch da. Und diese Kombination veranlasst mich eigentlich paradoxerweise, trotz des heutigen Ereignisses, zu einem gewissen Optimismus. Sie haben erzählt, Sie haben mit den Menschen viel gesprochen, auch auf der Straße. Ist das überhaupt möglich, dort einfach mit Menschen zu reden auf der Straße oder ist das alles gesteuert? Einfach ist da gar nichts. Aber es ist doch viel mehr möglich, als man gemeinhin glauben sollte. Insbesondere in der Hauptstadt in Pyongyang. Viel hängt auch von der jeweiligen Tagesform der Führung ab. Manchmal ist man stärker kontrolliert, manchmal gibt es ganz andere Möglichkeiten. Es geht sehr vieles, es geht aber auch sehr, sehr vieles nicht. Nordkorea ist nach wie vor ein sehr geschlossenes Land, gerade auch wenn man es vergleicht etwa mit dem Westen. Was bleibt, wenn Sie das Land besucht haben, was bleibt am eindrucksvollsten hängen? Eine ganze Reihe von Dingen. Sicherlich der Unterschied zwischen Stadt und Land, der in Nordkorea bemerkenswert ist. Die Tatsache, dass die Menschen individuell so menschlich sind, im Gegensatz zu dem, was man etwa in den Medien sieht, wo ja immer sehr auf die Führung, genau auf die große Politik abgehoben wird. Und es bleibt eine gewisse Traurigkeit darüber, dass man dort ein Land hat mit offenbar einem sehr großen Potenzial, das es noch nicht ausnutzt. Aber auch immer wieder die Hoffnung, dass es doch möglicherweise vorangeht. Danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch und für den Besuch im Studio, war es sehr spannend. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.